So, heute zeige ich mal, dass auch eine Oma mit so einem Gerät umgehen kann. Natürlich erst den Gurt anziehen. So, Herr Schmoller hat gesagt, das muss alles richtig sitzen, damit dann hier die Maschine in der richtigen Höhe in den Toilettakku einlegt. Jetzt kann ich die Handschuhe anziehen, weil es sonst zu schwer wäre, hänge ich jetzt hier das Teil der Seite rein. So, jetzt sitzt er gut und ich brauche praktisch nur noch zu bewegen. Also, los geht's! So, jetzt machen wir die Maschine! So, jetzt los geht's! So, jetzt wird das Ganze repar gars. So, jetzt habe ich euch mal in meiner Heimat gezeigt, wie man Gras wegmacht und jetzt nehme ich eine Brombeerhecke in Angriff. Da muss ich aber unheimlich aufpassen, weil hier ist ein Wespennest und denen darf ich absolut nicht zu nahe kommen. Die mögen das nicht. Also die Ecke muss ich wohl aussparen. So, jetzt habe ich einen Wespennest. So, jetzt habe ich einen Wespennest. So, jetzt habe ich einen Wespennest. Andere. So. Untertitelung des ZDF, 2020